nahrhaftes collier der macht so ich würde mal sagen wir tauschen mittelmäßiger ring der mittelmäßigkeit ist das nicht geil du bekommst das hier ist doch nicht so schlecht für den denke ich immun gegen blitz was ist blitz betäubt immun gegen betäubung unseren dd la gebe ich mal das ding ok nahkampfschaden mittelmäßiger sperr der mittelmäßigkeit 40 prozent da steht was kraft für physikalische primäre nahkampf ok ok das passt schon sonst alle halbwegs grün gut weiter geht es wir kommen im dungeon an also ich glaube es sind immer drei begegnungen die man auf seinem weg hat wir können uns noch mal alles angucken und damit begeben wir uns in den ersten raum um ist eine falle eine schatztruhe sie ist von scharfen metallklingen umgeben vielleicht kann jemand hindurch greifen scheinbar verlangt dies nach ausreichend geschick wagt ihr den versuch 65 prozent chance er hat es geschafft sehr schön dadurch haben wir den ersten raum geschafft es gibt halt auch so schatzsachen hier ein speer verfluchter leder des windes zerknitterter band der gnade zerbrochene wams der das greifen gesplitterte mütze des schwachsins band der eiszapfen langweilige magie der zombie besessenen hübsche kappe der erdung jetzt habe ich sie wir können die kampfposition wechseln 31 39 das ist halt ein elementar da ist feuerschaden auch für mich kann im nahkampf und im fernkampf benutzt werden also könnte ich hintere reihe jemanden angreifen und es müsste elementar feuer sein sehr gut was haben wir denn hier verursacht das star gesegnet teilt mehr schaden und heilung aus sieben heilung in diesem falle wären es 13 heilung so das kriegt er hier damit kann er jetzt leute heilen hübsche kappe der erdung kann nicht mehr betäubt werden achso, da rein verursacht das star krank teilt weniger schaden aus und weniger heilung auch nicht schlecht was haben wir hier noch das basiert auf gift und was ist dann das ist das auch ein element ne, weniger tarn keine ahnung was das macht aber es macht die rüstung unserer Leute runter ich packe mal das da ein dann macht er einen nahkampf äh macht er schadens zauber immunität äh immun gegen magierüstung runter was haben wir hier noch abwehr abwehr zwei 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 immun gegen das da aber das ist ein element immun gegen greif schadens berechnung schadens berechnung ah ja äh phoenix 42 physisch gibt den schadenswert an ist das element des angriffs 42 ist die höhe des schadens physisch ist die art des schadens die physische oder magische verteidigungsinstitze wird von schadenswert abgezogen das element des angriffs wird mit dem element des ziels verglichen elementare angriffe können effektive, ineffektive oder absorbiert werden die schadenswerte wird der grauen formel berechnet beispielsweise plus x prozent der heldenwerte ok alles klar aber ich ja alles klar also zum beispiel er hier er macht jetzt elementarschaden feuer und dafür 39 auf distanz tendenziell und hier ist irgendwas yin yang neutral neutral also geht immer ok wir gehen weiter nächster raum er sagt oh da ist ein tank und ein roboter what the fuck nimm das erstmal bestimmen geht nicht ok hier sind cyborgs unterwegs harter hit gegen alle außerdem brennt unser kollege wir heilen ihn mal damit er mehr schaden macht säure regen oh wir kriegen da halt gut auf die fresse 40 schadenflasche direkt instant down unser kollege halt nochmal ok den sollte man wirklich schnell down machen kann er und darf an der radnick er muss sich ne runde ausruhen er haut sich ein heilungsschild ran ok effektiv mit 8 schaden das ist ja gar nichts ok wow ok da hätte man das muss man natürlich wissen so glänzender wamsen der neugierigen glaube ich leichte kappe der anpassung heiltränke zwei stück wir müssen uns sowieso erstmal hochheilen die helden sind ein level aufgestiegen ihr könnt nun punkte auf die attribute verteilen ähm trinken klein bisschen heilung besser als nix ich dachte vielleicht könnte er die skills auch so einsetzen während wir hier sind zorn berserker 100% blutung schlägerei 48 physisch ziel 1 plus 2 sich selbst und heilen ok 16 runde abgängszeit aber ok also wir können intelligenz äh geschicklichkeit stärke leben und was ist das denn fiii fai fau famm konsistenz ich weiß es nicht wo ist das alles klar weiter geht's halt nein wir haben noch neue gegenstände gekriegt nix 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 hier sehen wir nur stylisch aus ne nix sonst ok weiter geht's nächster raum oh miss ne truhe nix 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 attacke oh da wird dicke geheilt magisch könnte reichen könnte reichen perfekt ok jetzt haben wir nur den eulen magier der holt erstmal seine resistenzwerte nach oben was ist denn wenn ich mit feuer angreife effektiv alles klar schallkreise durchgebrannt haha leuchtendes bruststück klammteuer glaube ich und ein heiltrank aber ich kriege perfekt war eine sehr sehr schöne runde wir können ja mal ganz kurz nochmal nachgucken hier unten irgendwo da drei rüstungen zwei rüstungen perfekt ausgetauscht weiter geht's nächste raum die raum naja okay das ist also auch übergreifend absorbiert Macht so gut wie gar keinen Schaden Probieren wir es mal an ihm 14 Boah, der hält voll viel aus hier vorne Gar nicht erwartet Machen wir es mit normalen Angriffen Jetzt heilen wir unseren Tank erst mal Oh, ineffektiv, sehr gut Im Tode nah Diese Flächenangriffe, die sind echt bitter Hierbei geht es jetzt eher um den Buff, den er entwickelt hat Der Tank macht dieser AOE Schaden, der ist echt übel Einmal hoch, bitte Hau drauf 42 Schaden, sehr schön So, was bekommen wir? Beute Talisman der Rettung Missratender Langbohr des Untergangs Gesplitterter Kyras Der Neugier Und 3 Heilträge, sehr schön Diese werden auch direkt benötigt Danke Langbohr, physische Schaden 100 Genauigkeit Genauigkeit 28 2-3 Ziele Kind und Stärke Kind und Stärke 2-3 Ziele Das ist die, die ich vorher hatte, ne? Ja Okay AOE Heal wäre halt noch schön, aber haben wir leider nicht Schlitz, Schlitz Da wird ein schöner Zauber gewirkt, aber immer noch nicht down Dem Tode nahe Auch dem Tode nahe Uh, Blutungsschaden Das ist nicht schön Blutungsschaden ist immer doof Der müsste jetzt aber down sein Sehr schön Erstmal gegen heilen Was der aushält, ne? Nur nicht das heilen vergessen Nur nicht das heilen vergessen So, jetzt aber Immer noch nicht, Alter Ist das ein mieser Tank Wow Und wieder alle kriegen irgendwelche Zufalls Debuffs Das ist aber nur noch die Chest Keine Ahnung, ob die überhaupt irgendwelche Fähigkeiten hat Oh, cool Hm Hm Schrödingans Katze Riesig Hm So, ich würde ganz gerne überein Macht keinen Scheiß jetzt Das ist halt Schrödingans Katze Kommt dann raus Okay, passt Lieber so, dann nehme ich lieber noch einen Heiltrank für den Nutzloser Helm Des Geistes Mächtiges Äh Mächtige Andachte Der Vita Und einen Heiltrank So, die Helden sind am Level aufgestiegen Ihr könnt nun Punkte auf die Attribute verteilen Danke Leider werden sie nicht geheilt Bei einer derartigen Aktion Das reicht noch So, was haben wir Schönes hier hinten Heilung 39 Mächtige Andacht Hat halt keine Abklingzeit, so wie der Zauber So Immun gegen Verwirrung Oder was ist das Agiert verwirrt in den nächsten Also ich bleibe mal lieber bei der Betäubung Dass er nicht betäubt werden kann, der Kollege Der kann auch nicht betäubt werden Und der ist Resistenz gegen Brandschaden Ne, das passt schon Das lassen wir so Ah ja, wir können noch stärker werden So Florian Gäste Däum Däum Bis zum nächsten Mal.